Du glaubst nicht, was mir gestern passiert ist. Mein Assistent kommt so zu mir und sagt, Sam, wir ziehen bald um. Und ich so, wir ziehen bald um? Meine Kuscheltiere kommen aber alle mit, es wird niemand zurückgelassen. Du kannst doch jetzt nicht mit sowas ankommen. Auf den Schock bin ich mit Hasi erstmal eine Runde spazieren gegangen, weil ich dachte, ich genieße mit ihm noch ein letztes Mal die Gegend. Dann hat mein Assistent Brötchen geholt und wir mussten draußen warten. Das war wichtig unnötig. Ich habe vier Freunde aus der Gegend getroffen. Hier siehst du zum Beispiel Dennis und Kevin. Ich habe morgen Geburtstag. Wir sind dann noch in mein Lieblingskiosk gegangen und haben Anna besucht. Anna ist eine gute Freundin von mir und wir lieben uns wirklich sehr. Ich habe es aber nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass ich bald umziehe. Zum Abschluss sind wir nach Obermarkt gelaufen und ich konnte mich von der Qualität der frischen Blumen überzeugen. In den nächsten Tagen zeige ich dir meine neue Wohnung. Folg mir!